Rolene Strauss hat Südafrika den ersten Miss World-Titel seit 40 Jahren beschert. Ihre Landsleute bereiten der Medizinstudentin dafür einen begeisterten Empfang. Die Kür zur schönsten Frau der Welt eine Woche zuvor in London macht die 22-Jährige stolz. In ihrer kurzen Begrüßungsrede nimmt sie Bezug auf ihr großes Vorbild Nelson Mandela. In letzter Zeit ist mir klar geworden, dass Südafrika mächtig ist. Schon das Wort Südafrika bedeutet Einheit, Freiheit, Vergebung, eine glänzende Zukunft. Es war überwältigend für mich, auf der Bühne mein Land zu vertreten, das so vielen Menschen auf der Welt so viel bedeutet. Hunderte versammeln sich am Flughafen von Johannesburg, um ihre neue Volksheldin zu feiern. Sie ist stark und intelligent, nicht einfach nur schön. Sie ist ein Mensch mit Herz. Sie steht für Südafrika. Sie hat es gut gemacht und sie macht uns stolz. Rolene Strauss ist die erste Miss World aus Südafrika seit 1974. Im Finale in London hat sie sich gegen 120 Mitbewerberinnen durchgesetzt, vor den Missen aus Ungarn und den USA. Sie hat es gut gemacht und sie hat es gut gemacht. Sie hat es gut gemacht. Sie hat es gut gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020